z z hallo warum haben wir nichts gefunden? das ist wie eine Frechheit ja, wir haben gemerkt, dass du noch nicht da bist und im Rücksicht das ist ja ein Bot der Vollliebe boah, ich hab den einfach weg geöffnet boah, ich hab noch eine liebe Kopfbedeckung für Bläs ich hab einen Triceratops bekommen ich hab die Liberté-Tarnung für die Franzosen bekommen das ist schon hässlich Liberté, Egalité, auf die Fresse ist ja witzig das ist ja richtig unlustig weißt du was auch unlustig ist? dein Gesicht? ne das ist undefiniert warte denn, hau raus ähm ja, also auch nicht scheiße das ist ja, muss ja unwitzig sein ha, Witze von dir zum Beispiel sind unwitzig wie, 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 wie das geht ein Mann zum Zahnarzt wie, wo der Mann sagt zum Zahnarzt ich glaub ich bin ne Motto frag der Zahnarzt ja wenn sie glauben dass du ne Motto sind was machen sie dann beim Zahnarzt sagt der Mann das Licht war an Boah, ist das schlecht. Boah, ey. Ja, alles klar. Einfach nur, boah, ey. Wo steht ihr, boah? Wir verstecken den Klammer, bitte. Das ist eine gute Motte beim Zahnarzt. Boah, die hat ja gar keine Zähne. Total. Boah. Ey, guck mal, packen wir an, packen wir an. Das heißt, ich hab gepolt, ey. Das ist richtig schwer. Das ist schwer. Aber wir sind EG, Cafeteria, alles gut. Achso, ich glaub, das ist der Raum, den ich so gekenne. Ja, und einer ist raus. Den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Z. Boah, ne, ne, ne. Wo kann man denn hier geilen Tachakka-Geschütze entstehen? Ja, mit einem Flur, ey. Mit einem Flur. Überall und nirgendwo. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ja, das, das, das hab ich tatsächlich nur bei, ähm, ähm, bei Schmockett oder bei Battlefront gehabt. Da ist ich irgendwie aus der Lobby geflogen bin. Ich brauch hier noch zwei Wände. Ja, tatsächlich. Wobei, bei Rocket League ist das eher ein bisschen nervig, aber nicht Spielhindern. Seine Wand hab ich noch. Bei Battlefront war das halt wirklich komplett, äh, missspielbar für mich. Ich hab jetzt, ich hab jetzt ein bisschen Rainbow gezockt, da hab ich kein Problem irgendwie mit Disconnect, ähm, Breakpoint hab ich eh mehr draufgezockt, hatte ich keine Probleme. Äh, Pupis hab ich gezockt, hatte ich keine Probleme. Das waren wirklich bisher nur die zwei Spiele. Sind wir jetzt echt zu fünft hier drin? Ja, krass, keiner zu viel, ne? Ja, ich bin nicht mehr rausgekommen, weil ich die Tür nicht gefunden hab. Ja, irgendwas. Was ist denn für einer? Oh, mein Handy klingelt. Ja, ich mein, echt. Ja, ich bin voll beliebt. Ich werd angerufen. Pack mir doch an, Lorix. Ja, groß ist denn. Pack mir an, Lorix. Ja, der eine räumt da aber auch gut auf, ey. Boah, sie ist umkämpft. Sag mir nicht, dass ich dir hoffen, was passiert. Tüß ist offen. Tüß ist offen. Tüß ist offen. Danke, Mann. Direkt vor mir. Ja. Ist der denn da durchge... Da ne bist du tot? Ach, ist der Rumpf gekommen, okay. Ich bin doch am Geschütz. Start. Da passiert das mal. Ja, aber der ausgerechte, den, den ich angefackt habe, der wird natürlich nicht geholt, ne? Ja, der hat ja einen Ace gemacht, der Typ. Offensichtlich, ne? Das ist aber nicht so schön gewesen. Ah, das war eine Frechheit, dass er mich geholt hat, ja. Jetzt muss ich mit Evo kämpfen. Ist die Waffen wirklich, Evo? Tatsache, Skorpion, Evo. Ich dachte, du lauerst scheiße. Wie sonst auch, ne? Ich würde gerade sagen, es ist ja nichts. Ah, wow. Muss der F das alleine regeln, oder was? Ist doch immer so, was denn sonst? Ja, die drei Deutschen halt. Stimmt, auf die Luxemburger ist ja auch nicht verlass. Was? Wir mussten echt immer regeln. Wir mussten echt immer... Daniel... Entschuldigung. Ich verzeihle dir auch. Warum hat das Gegnerteam eigentlich den verletzten Spieler bekommen und nicht wir? Den haben wir viel mehr nötig. Ist so. Ich hab starke 25 Punkte, worauf ich die denn her hab? Den Raum sichern, wir müssen den EU-Fahr- und Wälder schützen. Und dann passen wir jetzt regelmal offensiv, ne? Hab man gerade gemerkt, wie die uns geraped haben, als wir alle Defensiv im Raum waren. Ja, ja, ich spiele offensiv. Alles, alles drin. Also ich weiß noch, als wir die Beta gezockt haben, als wir nur Defensiv gezockt haben, auch in der Anfangszeit, bei Ranges, nur im Raum gechillt. Wahnsinn, ey. Das ist zum ersten Mal von offensivs geraped worden, dann so, ja, jetzt müssen wir zuhaßen spielen. Dann irgendwann waren wir auch gesprayt und dann so, ja, jetzt muss ich auch sprayen. Ich guck mir bei YouTube Videos an, wo gar das Spot sitzt. Das hab ich tatsächlich erst einmal gemacht und das wurde mir dann nicht zu zeigen. Das ist ein ganz wiss. Was sind das denn für Räume? Stacheldraht ist ausgelegt. Das ist eine Festung und kein, äh, Walfall. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter aufgespürt. In diesem Bereich ist ein AVL... Trotzdem schöner, schöner machen können. Ja, so wieder, 4-3 gegen 5 wieder, super Sache. Ich sag, ja, wir hätten den 5 wieder gebrauchen können. Ha, der ist immer in die Mine gelaufen, der Idiot, ey. Ist der dumm. Als ob der nicht auf meinen... Ja, Alter, der Junge hat... Der Gegner... Die Gegner sichern den Behälter. Weck der Magazin. Wir sind drin. Ich hab ein Kill, das reicht. Ich hab den Typen geholt, der das Ace gemacht hat. Ich setze. Der das Ace gemacht hat. Ja. Hat er einfach gemacht. Dass ich ihn einfach mal gemessert habe. Weißt du? Kenn ich nichts. Kenn ich keine Furcht oder sowas. Aber dein Ace hat... Guck mal, jetzt haben die... Jetzt haben die einfach einen Matschball. Richtig, einen Matschball. Boah, soll ich snipen? Okay, komm, jetzt... Wenn jetzt nicht die Zeit zum Snipen... Ey, lass mal alles snipen. Muss mal ein Glas nehmen. Docky B-Snipe. Oder Buck, der hat auch einen Snipe. Wie, ist der Glas nehmen? Passi, wenn du wie sagst, musst du auch wahr sagen. Wie wahr? Si. Das war nicht wirklich schlecht. Hat er nicht für die Lut. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss hier nicht lokalisiert werden. Dolph sagen. Hab' dir das gerade im Stream gesagt? Ich wünsche mir gehört werden. Ich sag' dir ganz wichtig für Sachen. Ja, jetzt sprichst du jetzt von deiner Arbeit oder was? Audio hört man jetzt. Aha, danke. Fick. Haben wir auf jeden Fall diese... diese glatzköpfe gebuchen. Spottin. Oh, ne, nicht. Komm, das Alien. Nö. Nö, komm, geht's doch mal hin. Ich bin da oben, hat die ganze Zeit drin gefahren. Dann weißt du ganz genau, wie offensichtlich die gleich spielen werden. Ich mach' einfach mit dir ein Handy an, so zum, zum Begrüßen. Guckst du, wer abhebt, ob du beliebt bist? Ja, ah, keiner dran. Wenn dir klingelt, geh' nicht dran. Keiner geht dran. Wie fein' draußen. Daniel, Daniel snackt ihr dir mal. Ich hab's versucht. Aber der ist weg. Hab' ja einen Schuss gedrückt. Boah, die Sniper macht mit einem Schuss die, 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 die Fensterbarrikade. Die ist, die ist auch nahezu One-Hit, ne? Die Sniper, also gibt's selten Situationen nicht One-Hit. Ist das so? Jetzt sind wir ein bisschen mehr über nahezu alle Situationen. Ich glaub' schon, das ist ein Algorithmus. Jetzt sind wir ein bisschen über New York. New York! Oh, da ist die Hure, Lukas. Die steht da um der Ecke am Fenster. Um der Ecke? Ja, da, ey. Ich markier' die ganze Zeit. Jetzt will sie mich... Boah, jetzt müsste man einen Knopf drücken, damit man hier hoch kann, oder was? Soll ging das alles automatisch? Ja, ja. Ja, ist so. Wo müssen sie? Lukas, Lukas kannst du... Ah, ne. Ja, ich hab... Die, die ist im Kreuzfeuer. Bei mir ist sie auch. Ja, mit der Snap auf die Entfernung ist nicht gut. Oh, hier ist noch einer! Hier ist noch einer! Hier ist noch einer! Da ist noch einer, aufpassen! Da ist noch einer! Ja, ja, ich bin mit ihr rausgegangen. Die hat mich getasert. Leute, was war das? Was ist das? Ja, aber ich hab' das auch nicht ganz gecheckt, was ist das genau? Und bin ich ja grad' drein umgekippt. War das ja... War das ein Schlag vom Schild? Nee. Also, keine Ahnung. Gleich Elamine oder so? Das sah irgendwie grün aus. Ich, ich, ich war nicht, äh, ich war nicht geflasht. Oh, Leute, die Tür ist hier offen. Also, ich hab' da nie in die Tür. Ich glaub' ich, smart, wenn wir in einer Linie stehen und snipen. Das ist die Taktik. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ach, scheiße, vor allem dieses Gipf noch Frostmatten, ne? Wird nix, Freunde. Ja. Ja, gut, ich hab' doch noch zwölf HP. Gegen Doc, der eh 500 Schüsse aushöhlt. Aber, ich habe zwei Kills und ich bin der Beste von uns. Ich bin einfach meine sichere... Ja, ich bin... Ja, Zweiter ist okay. Bin über meinen einen Kiff rum. Ist auch nur ein graues Mittelfeld, wenn das passiert. Ah, ja. Nee, nee, pass' hier, dein, 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 dein Gestirne, da kenn' ich. Du gehst noch nicht offline. Ja, noch nicht. Noch nicht. Entschuldigung, ich muss dort arbeiten. Ich bin doch kein Student, der schon seit acht Jahren zu Hause jetzt sitzt und hier chillt. Ich dachte, du musst ja nur noch irgendwas beaufsichtigen. Ja, nee, nee, nicht ganz. Junge. Äh, nee, nee, nee. Die Augen auf bei der Berufsfahrt, sag' ich mal. Jetzt hätte man mal vor einigen Jahren mit rechnen können, so halt so. Was ist, wenn irgendeine Seuche ausbricht? Oh, Seuche, Schmolche, sag' ich immer, ne? Sag's echt verlauft. Mhm. Vielen Dank.